So da bin ich wieder bei einer weiteren Folge Hunger Games. Wie immer von GOMHD-Server. Wie immer. Irgendwann ein Standardspruch. Wieder auf meiner Lieblings-Map. Die Map Nr. 6. 6. Keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. Ähm. Geht auch schon los. 2. 1. Und... Ah. Leck. Na toll. So. Ich geh diesmal in die Mitte. Anders als sonst. Okay. Ich hab das Schwert. Nein. Ich hab das Schwert nicht. Verdammt. Oh, kacke. Mann. Das geht's doch nicht. Das sieht schlecht aus, freuen. Das sieht schlecht aus. Sehr schlecht sogar. Hm. Sieht sehr schlecht aus. Verdammt. Mal gucken, ob da noch niemand war. Hoffentlich. Weil die Tür ist offen. Aber ich glaub, die ist immer offen. Ich weiß es nicht genau. Ein Eisenschwert. Na, das kommt mir ja gelegen. Oh, geil, Freunde. Kommt. Du auch noch, ja. Scheiß-Teamer. Hier. Sorry. Äh, das muss ich jetzt mal loswerden. Oh je. Äh, also Teams haben bei mir kaum Erfolg. Also... Okay, es war es ein bisschen... ...unfair, weil ich ein Eisenschwert hab. Äh... Aber... Boah, also... Da muss ich echt viel Glück haben, damit man gleich so ein Eisenschwert bekommt. Nicht schlecht. So, dann noch drei Melonen. Melonen sind gut. Dann können wir uns einen Melonen machen. Haha, wäre das gedacht. Und ja, meine komplette Goldrüstung, Freunde. Also eine komplette. Ah, das ist schon heftig. Nicht schlecht. Kann ich jetzt eigentlich... Ich kann kein Feuer machen, ne? Alles klar, hab ich ja Eisenschwert oder sowas. Habe ich nicht okay. Manchmal folgendes... Zack. Zack. So, ähm... Nimm 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 n реerdem genug das ist schon mal gut dann gehe ich einfach wieder hoch alle Blitz ich lebe nicht mehr so viele meine Fresse ich glaube 100 zu setzen auf dem Server momentan das ist brutal ahl schnell abhauen und da hinten sind welche muss ich gleich mal nachschauen so da hinten ist nachkommen die Städte alles noch das hat so aus wie Eisenhelmer aber ich glaube die sind so ein bisschen die sehen so naja ich muss sagen fetter aus glaube ich fressen ich habe Hunger so wie kommst du denn hier runter Freundchen wie kommst du hier runter ich hab dich von hier gesehen um wo siehrein da hier die Mandel ist ein bisschen Essen drin Hallo ist jemand das ist die Runde verläuft eigentlich ja doch die läuft eigentlich super wir haben jetzt hier die Hälfte auf jeden Fall ein Rüstungsrufen voll doch ist nicht schlecht so mal gucken vielleicht war hier oben jemand hallo nein ich will doch so wie ich eine Komma auch dahinter nicht ganz blitz gesehen und es regnet er hat wieder aufgehört eine magische Reaktion auf Hunger Games ich habe auch ein Eisenschwert ja komm down yeah geil das hat gerade mal ein Schlag an mir ausgeübt das ist ja heftig freundlich sehr heftig so und statt da da und er muss besonderes nur bloß mit Millionen Schwerter Millionen von Schwerter natürlich so lebt das nächste Typ hier hoffentlich gewinnt das mal uns so geil Romann so ewig nicht mehr gewonnen so da oben auf dem Berg auf dem Hügel es ist einer so gehen da hoch so zack 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 da hinten sein Prozent er hat er nicht hinterher zack 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 schnell unter Rennstattel Druckplatte das ist ein Druckplatte und nach Hause das sind Leute ich habe keine Ahnung so gehen wir hier lang mal auf die Bäume da haben wir einen gewissen Höhenvorteil so da bin ich wieder ehrlich ich hab die Aufnahme auf das Leben endet um passiert auch noch um gleich wird ich zäh drücken zu gucken wer da ist wo seid ihr das ist er ja irgendwo so ein Garten der Eisenharmisch das ist ja noch super eigentlich wo aber dann müssen schon extrem Glück haben weil es noch ziemlich selten noch ein Eisenschwert nach klar ist er heftig hitzig hier wo ich sehe dich genau der hat nix der hat nix ohne der hat nix 0 hat er zumindest wird er sich abkommen eigentlich und uns die schlussfolgerung klein uns kleiner mein kopf das war das denn okay auch nicht schlecht so mehr keine Angst habe keine Angst doch man ist nicht weg durch die mögliche jemanden leidigt habe aber es rutscht mir halt immer aus komm ich hab doch auch nichts ziehen konnte ich ja ich bin immer noch hinter dir her muss gar nicht so nach hinten so ja schade manchmal auch die Fehler eröffnet ein Kisten sehen ein machen auch manche so jetzt bist du aber mein das sage ich dir ich nehme schon mal meine Eisenschwert in die Hand oh guck nicht so äh tschüssi слug leid Ein, hohoho, ein Schlag. Oh, the fuck, what the fuck, ich gewinne. Ich hab gewonnen, sauber, geil. Oh, ich freu mich, Freunde. Das war eine schöne Hunger Games Runde, die hat mir echt gefallen und, oh, geil, ich hab gewonnen, endlich mal in ne Aufnahme. Ich weiß gar nicht, ob ich schon ein Video hochgeladen hab, wo ich gewonnen hab. Ich weiß es grad nicht. Oh, geil, auf jeden Fall freu ich mich. Oh, geil. Oh, in ne Aufnahme hab ich gewonnen. Richtig cool. So, dann, äh, verabschiede ich mich und wir sehen uns in der nächsten Hunger Games Folge. Ja, 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 ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge und, ja, bis dahin, ciao.